Das ist ja immer wieder dieses Thema der Ex-Ultra und einer von ganz woanders quasi. Und jetzt triffst du ja aber auch Personen, die schon quasi ihr ganzes Leben genau dort verbringen. Spürt man das? Ja, die sind sowohl bei uns im Club, im Verein da. Die sind gestern zum Beispiel Neujahrsempfang der DFL in Frankfurt. Wie fandest du denn die Rede von mir? Was geht denn da? Das Parts öffnen wir jetzt nicht. Weiß ich nicht, kann man das auch machen. Aber da bin ich natürlich der Sonderling. Ich kann aber sagen, das Interesse... Wird dir das auch so gespiegelt? Ja, ja. Mit einem Argon? Hast du auch die Jacke an? Gar nicht mit einem Argon, sondern eher mit einem Interesse. Die Jacke an? Hatte nicht die Jacke an, aber eine andere Hertha-Jacke an und war durchaus der Einzige, der da irgendwie mit irgendeinem Vereins-Divotionalen... Bisschen casual-mäßig. ...sich casual-mäßig sozusagen gezeigt hat.